Wie gesagt, auf Rund 17.31 Uhr gibt es dann die Sonderprüfung 7 hier am Sachsenring. So, liebe Freunde, jetzt ist es soweit die Millenniumstanzers. Wie vorhin schon angekündigt, werden Ihnen einen Querschnitt über bestimmte Tanzrichtungen, Tänze, darbringen. So, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Freunde. So, liebe Freunde. So, liebe Freunde, liebe Freunde. Franz Sonnleitner ... 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 Führung immer noch der Franz Sonnleitner hier bezüglich Sonderprüfung für den Partit Zellhofer. Was jetzt in die EU sagt, natürlich erst steht vor einem großen und unternhaltigen Tage. Mit ihm hat keiner gerechnet, aber momentan hat er alle Trümpfe in der Hand. Ich bin ein Franz Sonnleitner abgelöst. Das ist das Feinste, was die Musikszene momentan unterbinden hat. Wir sind wieder da zum GPO jedes Jahr. Im Sachsenling, da stirbt der Bär. Weikere Hände, was willst du mehr? Sprang und pur, total normal. Das Wetter ist uns scheißegal. Wir sind da, wir sind wieder da am Sachsenling, so wie jedes Jahr. Wir sind da, wir sind da, wir sind wieder da zum GPO jedes Jahr. Heiße Rennen, Gummi satt. Am Sachsenling geht echt was ab. Wir sind da, wir sind da, wir sind wieder da zum GPO jedes Jahr. Wir sind da, wir sind da, wir sind wieder da. Am Sachsenling, so wie jedes Jahr. Wir sind da, wir sind da, wir sind wieder da. Am Sachsenling, so wie jedes Jahr. Wir sind da, wir sind da, wir sind wieder da zum GPO jedes Jahr. Wir sind alle hier und da gibt's Stimmung und Musik, trotz schlechten Wetter. Musik Das war's für heute. Das war ein Druck, wow, die Drucker, die im Bord rauskommt, ich bin begeistert, wenn ich das meinen Echnerl zeige. Ja. Ja, gut, macht es gut.